Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich teile mit euch nochmal ein neues Projekt heute und zwar das geht einfach ums Projekt hier. Wir legen sofort los in dem Werkzeug hier. Gehen wir einfach unser Text richtig schreiben und von daher geht es richtig los. Also wir schreiben zum Beispiel HTML Block Elemente. Und dann mit unserer Schriftfarbe können wir einfach hier alles ändern, damit wir alles lesen können und von daher ganz ganz einfach. Und natürlich können wir auch nochmal alles einfach Klarelemente. Ja, habe ich richtig geschrieben. Und von daher können wir nochmal ein bisschen unseren Text so vergrößern und mit dem Werkzeug können wir einfach den Text nochmal skalieren, wie wir haben wollen und von daher ganz ganz einfach. Also ja, das ist nicht so viel. Wir können nicht so viel so skalieren, weil sonst werden wir einfach den Text nicht so richtig lesen können. Also und jetzt gehen wir einfach auf OK drücken und jetzt gehen wir auf unsere Textebene und dann als Auswahl aus Alpha Kanal. Der Text wird schon markiert und das ist schon wichtig. Und dann können wir einfach unseren Text ausblenden und dann können wir einfach unseren Text ausblenden und wichtig, dass wir genau wissen, welche Größe unsere Texte hatten. 1, 6, 2. Wir nehmen die erste Beide Zahlen und zwar 1, 6, also 16 und hier können wir schon 16 schreiben, also 16. Dann drücken wir einfach auf OK. Unser Text wird schon ausgeblendet. Auf unserer Textebene können wir einfach das Augen hier ausmachen und eine neue Ebene hinzufügen. Wichtig ist, dass es transparent bleibt und mit einer Farbe, unserer Farbe, können wir einfach so ausfüllen, also die weiße Farbe, also die weiße Farbe können wir schon ausfüllen und sofort wird es auch schon. Und den Vektor hier können wir richtig so drauf drücken, damit alle Farben enthalten bleiben. Und wir können jetzt einfach invertieren. Nach der Invertierung führen wir einfach das Projekt ganz genau. Also von daher hier, ja, ganz richtig. Da haben wir schon komplett ausgefüllt und wir fügen hinzu jetzt ein Typikat. Und wichtig ist, dass wir das Augen einfach, ja, hier ausmachen. Also das Augen hier machen wir einfach aus. Und dann auf unsere Textebene können wir nochmal ein bisschen nochmal Auswahl aus Alpha-Kanal machen und dann ausblenden. Und das Weltblatt einfach unverändert. Und unsere obere Ebene können wir jetzt aktivieren. Und die Störung-Taste drücken wir einfach auf das Projekt, wie Sie auch sehen. Und es wird einfach geändert. Und von daher sind wir schon fertig. Und Sie können auch die Hintergrundfarbe einfach ändern, wie Sie einfach wollen. Wenn Sie das ändern wollen, dann drücken Sie einfach drauf. Und dann hier können Sie einfach eine Farbe gucken, die euch so am besten gefällt. Und dann drücken Sie einfach auf OK. Und mit dem Werkzeug hier können Sie einfach genau so skalieren, nicht skalieren, einfach drauf drücken. Und sofort wird es einfach sehr schön. Ich freue mich einfach, das Video mit euch getan zu haben.